Der BMW X5 wird aktuell mit vier Motorisierungen angeboten. Mit diesen Maschinen wird ein Leistungsbereich von 180 kW, 245 PS bis hin zu 300 kW, 407 PS abgedeckt. Das hohe Leergewicht des X5 von mehr als zwei Tonnen wird durch die schnell schaltende Automatik und die drehmomentstarken Maschinen geschickt kaschiert. Der BMW X5 ist nach wie vor der Dynamikweltmeister in dieser Klasse. Der BMW X5 ist natürlich kein klassischer Geländewagen. Dank X-Drive bietet er aber einen permanenten Allradantrieb, eine Bodenfreiheit von mehr als 22 cm und eine Anhängerlast von bis zu 3,5 Tonnen. Mit diesen Attributen ist der BMW X5 für winterliche Bedingungen bestens gewappnet. Das ist der BMW X5 für winterliche Bedingungen bestens gewappnet. Nikola Jungs –ificat sich vertchauend zu�t, weil der BMW X5 für winterl sets. –ibmisch, traur d heart und hohe L!!!!!! –ibmisch! –usgeheim!